Insgesamt über 50 Abgänge und über 50 Neuzugänge in den letzten drei Jahren, was eine absolute Hausnummer ist. Der FC Schalke ist einer der größten Vereine in Deutschland, Europa, aber auch weltweit. Doch seit diversen Jahren geht es bergab. Wir blicken heute in Wettbasis auf die Knappen. Wir blicken auf den aktuellen Kader, auf die aktuellen Probleme. Und gerne auch schon mal ein Abo dalassen bei der Wettbasis, um auch in den nächsten Wochen viele spannende Videos zur Bundesliga, aber auch international nicht zu verpassen. Bis zum Sommer 2016 waren die Schalker eigentlich ein Spitzenteam in Deutschland. Waren häufig in der Champions League vertreten. Zum Meistertitel hat es zwar nie gereicht, aber auch 17, 18 unter Tedesco als Trainer konnte man nochmal Vizemeister werden. Doch dann ging es stark bergab. Viele schlechte Transferentscheidungen, viele schlechte Personalentscheidungen. Dann kam auch noch Covid dazu. Ja, und das hat dazu geführt, dass Schalke im Sommer 2020 zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder den Gang in die zweite Liga antreten musste. Es ging zwar direkt wieder hoch, aber auch direkt wieder runter in die zweite Liga. Ja, und jetzt pendelt man sich irgendwo im unteren Mittelfeld der zweiten Liga gerade ein. Wird vermutlich die Klasse halten in der zweiten Liga. Trotzdem, Lizenzprobleme. Ein Schuldenberg von ungefähr 180 Millionen Euro. Viele Probleme bei Schalke. Woher das Ganze kommt und wie die aktuelle Situation aussieht, dazu kommen wir jetzt. Auf eine schwache Hinrunde 22-23 folgte Thomas Reis als neuer Trainer, der trotz einer guten Rückrunde den Klassenerhalt nicht realisieren konnte. Mit ihm ging es in die zweite Liga. Transfers waren auch für Reis ausgerichtet. Sein nicht wirklich spielerisch starker, samanorientierter Pressingansatz funktionierte in der zweiten Liga aber nicht wirklich. Nach nur sieben Spielen kam die Entlassung. Als Nachfolger kam mit Karre Geratz, ein Trainer, der vor allem als Spieler viel Erfahrung gesammelt hat. In Belgien über 300 Profispiele gemacht hat, sogar Nationalspieler war. Der aber keine besonders große Erfahrung als Trainer hat. Erst eine Saison als Cheftrainer bei Royal Union. Dort den Meistertitel knapp verpasst. Im Viertelfinale der Euroleague erst an Leverkusen gescheitert. Also durchaus ein spannendes Projekt. Sprach aber zum damaligen Zeitpunkt kein Deutsch. Also schon durchaus auch ein Risiko. Im Gegensatz zu Reis, ein recht ruhiger, recht rationaler Trainer, der vor allem als Menschenfänger agiert, will Spieler im Prinzip besser machen. Das ist sein größtes Ziel. Viktor Boniface ist ein gutes Beispiel, den er eben in Belgien geformt hat. Ein Trainer, der gerne auch Spieldominanz entwickelt. Der gerne auch im Gegenpressing mit sehr, sehr hoher Intensität agiert. Der gerne vertikal agiert. Was alles nicht so wirklich zum Kader von Reis passt. Dementsprechend viele Umstrukturierungen nötig. Blicken wir auf die Transferpolitik der Schalker. Natürlich nicht wirklich strukturiert, nicht wirklich langfristig. Dadurch, dass man sehr, sehr oft den Trainer, den Sportdirektor, den Kaderplaner austauscht. Also keine Stringenz im Handeln. Auch jetzt im Sommer zu beobachten, es wurde kein wirklicher Kader für einen sehr dominanten Fußball zusammengestellt, den man in der zweiten Liga eigentlich spielen muss. Die Verantwortlichen, vor allem Hechelmann und Knäbel, dementsprechend beide auch schon wieder entlassen. Blickt man auf den aktuellen Kader, findet man nur die zwei Torhüter Fehrmann und Langer vor, die schon vor 2021 im Kader standen. Das heißt, sehr viele neue Spieler, sehr viele Spieler, die abgegeben wurden. Insgesamt über 50 Abgänge und über 50 Neuzugänge in den letzten drei Jahren, was eine absolute Hausnummer ist. Obwohl man eigentlich in den Jahren, besonders vor Covid, sehr, sehr teure Verkäufe auch generieren konnte mit einem Draxler, mit McKennie, mit Sané unter anderem auch Embolo, wurde das Geld durchaus schlecht und planlos eingesetzt. Es gab weder klare Zielmärkte, nach denen man agiert hat, noch nach Spielern, die einen besonderen Spielstil mitbringen, den man einfach immer haben möchte. Häufig waren es sehr teure Fehlinvestitionen, Bantaleb, Rudi, Konoplyanka, Embolo, die sehr, sehr viel Geld gekostet haben, die nicht ansatzweise die Leistungen gebracht haben, die sie bringen sollten, die dann für wenig Geld wieder gegangen sind und dementsprechend einen Verein zurückgelassen haben, der über seinen Verhältnissen gelebt hat und dementsprechend jetzt ein Finanzloch stopfen muss, kaum Geld hat für Neuzugänge. Und die Neuzugänge, die wirklich weiterhelfen, wie ein Tom Kraus, wie ein Moritz Jens, ja, die sind nur geliehen und bringen am Ende des Tages auch keinen weiter Verkaufswert. Ja, blicken wir auf den Schalker Kader und starten mit der Torwartposition, die im Prinzip die geringste Problemstelle der Knappen aktuell ist. Mit Marius Müller hat man da eine richtig gute Nummer 1. Über 70 Prozent der Torschüsse hat er gehalten. Super in der Luft, super auf der Linie, gute Reflexe. Ist nicht unbedingt spielstark, macht das Ganze aber vor allem durch seine Paraden gegen Großchancen, wie der Wett hat. Schalke da schon häufig gerettet. Hinter ihm Ralf Fehrmann, der häufig degradiert wurde, dann wieder zur 1 gemacht wurde. Ja, der sich aber mittlerweile mit der Nummer 2 Position, ja, schon ganz gut angefreundet hat. Ja, an der Innenverteidigung, da hat man eigentlich mit Timo Baumgartl als dem Führungsspieler schlechthin gerechnet vor der Saison. Ja, Baumgartl mittlerweile zweimal suspendiert, jetzt komplett raus, wird für Schalke kein Spiel mehr machen. Im Winter mit Kalasch, einem neuen Verteidiger aus England dazu geholt, der vor allem über sehr körperliche Robustheit verfügt. Richtig gut in der Luft und am Boden. Passspiel, ja, schon limitiert, nicht besonders risikoarm, überspielt selten Linien, auch nicht besonders schnell. Ja, und gleiches trifft im Prinzip auf Marcin Kaminski neben ihm zu, der in der Luft nicht besonders gut ist, obwohl er recht groß ist, aber sonst im Prinzip die gleichen Attribute mitbringt, wie Kalasch neben ihm. Ja, Problem, der Trainer würde gerne mit einer Dreierkette spielen, es gibt aber im Prinzip keine drei Innenverteidiger im Kader. Weshalb man, und da können wir direkt zu den Außenverteidigern überleiten, jetzt häufiger mit Derry John Merkin, der eigentlich Linksverteidiger ist, in der Dreierkette gespielt hat, der dann den linken Part in der Dreierkette gegeben hat, ja, der vor allem durch sein Tempo da schon einen Mehrwert bringt, da er eigentlich Außenverteidiger ist. Wenn er außen spielt, gutes Flankenspiel, gute Dynamik, wenn er Innenverteidiger spielt, kann er die Tiefe absichern, auch im Zweikampfverhalten recht gute Intensität. Anders dagegen Thomas Owejan, der vor allem von dieser Dreierkette jetzt profitieren kann, weil er sehr, sehr offensiv agiert. Einer der besten Flankengeber und Standardschützen überhaupt in der Liga, defensiv aber mit wirklich großen Problemen, gewinnt da nur ungefähr die Hälfte seiner Zweikämpfe, wird häufig überlaufen, große Probleme im Eins-gegen-Eins. Und Gleiches trifft im Prinzip auch auf die rechte Seite zu, mit Henning Matriciani, mit Cedric Brunner und mit Brandon Soppi. Drei Verteidiger mittlerweile auf der Position, alle drei mit großen Problemen im Defensiv-Zweikampf. Schalke lässt sehr, sehr viele Angriffe über die Außen zu, hat Probleme im Eins-gegen-Eins. Nach vorne Soppi mit mehr Drang, mit guten Aktionen, Matriciani und Brunner, aber definitiv keine Wingbacks, keine Schienenspiele in der Dreierkette. Dementsprechend eigentlich für die Formation durch den geringen Offensiv-Output nicht wirklich geeignet. Spannend hier, Schalke schon mit weit über zehn verschiedenen Formationen in der Dreier- oder Viererkette, die man aufgeboten hat vom Personal her. Brutale Rotation, dementsprechend auch keine eingespielten Abläufe möglich. Ja, im Mittelfeld wurde Ron Schallenberg als der Schüsselspieler schlechthin aus Paderborn im Sommer verpflichtet. Hatte wirklich große Anlaufschwierigkeiten, mittlerweile ganz gut ins Team eingefunden, agiert meistens als der tiefer Sechser, diese typische Holding-Six, wie sie häufig in den Medien genannt wird. Sichert da vor der Viererkette ab, gutes Zweikampfverhalten, gutes Positionsspiel. Im Aufbauspiel schon limitierter als im Paderborn, was vor allem aber daran liegt, dass er nicht so wirklich Läufe angeboten bekommt und dementsprechend den Ball auch gar nicht mal unbedingt vertikal spielen kann. Neben ihm in der Regel Paul Seguin, der so ein bisschen als Verbindungsspieler-Achter agieren soll. Defensiv ohne großen Mehrwert sichert wenig ab, schlechtes Zweikampfverhalten, schlechtes Positionsspiel. Auch nach vorne wenig Pässe, die Linien überspielen, wenig Aktionen grundsätzlich im letzten Drittel, die ihnen den Mehrwert bieten. Ja, und da vermisst man schon schmerzlich Asan Uedraogo, auch wenn er erst 17 ist. Ein Youngster, der wirklich viel mitbringt, könnte auch im Sommer jetzt schon verkauft werden. Typischer Achter, brutal dynamisch, athletisch, gute Läufe mit dem Ball, schaltet sich gerne offensiv ein, gute Intensität. Ja, ansonsten noch mit Latza, mit Tempelmann, zwei Spieler, die im Kader stehen, aber keinen besonders großen Mehrwert in der aktuellen Saison liefern. Aber wenn wir auf die Offensive blicken, fällt natürlich vor allem Kenan Karama mit seinen 17 Scorer-Punkten direkt ins Auge. Ja, der wohl beste Spieler in der aktuellen Saison mit Müller zusammen, würde ich mal behaupten, der vor allem sehr viel kreiert. Viele Dribblings, viele gute Abschlüsse, einfach eine hohe Effizienz in seinen Aktionen. Auch wenn er bei den Vorlagen so ein bisschen überperformt, profitiert da von ein, zwei guten Verwertungen seiner Teamkollegen. Hat im Prinzip alles gespielt, was du offensiv spielen kannst. Links, rechts, außen, Zehner, Stürmer. Weil die Formation eben nicht klar ist, sehr, sehr häufig rotiert wird und eben auch hier offensiv keine besonderen Abläufe eingespielt werden können. Ein anderer Flügelspieler ist Yusuf Kabadai, eine Bayern-Leihgabe, die man gerne halten würde. Ein Spieler, der sich sehr stark reinhaut. Sehr viele Zweikämpfe mit, aber auch gegen den Ball sucht. Viele Dribblings, auch immer wieder Flanken, Pässe in die Box, viele Abschlüsse. Aber große Probleme in der Effizienz schafft es, trotz seinen vier Toren sehr, sehr selten wirklich gute Aktionen im letzten Drittel mit hoher Effizienz rauszubringen. Und gleiches gilt seit seiner Rückkehr per leihe auch für Darko Chulinov, der so ein bisschen zwischen den Linien agieren soll. Ja, aber noch nicht besonders viel gespielt hat und wenn, dann auch mehr so mitgeschwommen ist. Ja, und in der Sturmspitze liegen nach wie vor viele Hoffnungen auf Simon Terodde, der seit der Saison 15-16 in jeder Zweitligasaison mindestens 24 Treffer erzielen konnte. Ja, aktuell steht er nur bei 5. Er ist total über seinem Zinit angekommen, bringt sich nicht mehr in besonders gute Schusspositionen, hat in der Chancenverwertung auch im Luftzweikampf deutlich eingebüßt, hat aber auch große Probleme, wirklich gute Chancen kreiert zu bekommen von den Teamkollegen. Deswegen, dementsprechend kann man die Misere auch nicht nur an einem Terodde festmachen. Spielt ganz gerne neben Kicke top, ein sehr junges, sehr spannendes Talent in der Sturmspitze, ein sehr wuchtiger, mutiger, laufstarker Spieler mit einem guten Tempo. Auf ihn sollte man in der Zukunft wirklich bauen, bringt viel mit, großes Potenzial. Fraglich nur, wenn die Tore dann demnächst kommen, wie lange kann man ihn noch halten? Ja, und eine zweite Alternative mit Ryan Lassmer, der auch gerne vorne drin spielt, teilweise auch über den Flügel kommt. Auch ein sehr wuchtiger Spieler, gutes Tempodribbling, aber einfach brutal inkonstant und ineffizient im letzten Drittel. Die Probleme der Schalker, die beginnen im Prinzip schon beim eigenen Torhüter. Ein Team, was eigentlich auf Spielkontrolle und Dominanz Wert legt, baut seltenst wirklich kurz auf, schlägt häufig den langen Ball von Marius Müller eben zu Terodde, zu top, vorne drin. Nur fünf Teams in der Liga spielen grundsätzlich weniger Pässe als Schalke, 49% Ballbesitz sind wirklich drastische Zahlen. Wenn man den Ball dann in den eigenen Reihen hat, fehlen wirklich die spielstarken Innenverteidiger, fehlt ein spielstarker Sechser, der das Heft des Handelns so ein bisschen in die Hand nehmen kann. Dementsprechend viel Vertikalität, ein Stilmittel, was auch schon in Belgien bei Gareth ganz, ganz stark aufgefallen ist, dieses Umschaltverhalten. Da ist Schalke auch wirklich gut. Schon sechs Kontertore erzielt, schalten nach Balleroberung gerne schnell um, überspielen dann auch die Ketten. Aber sobald der Gegner ein bisschen tiefer steht, hat man wirklich ganz große Probleme, überhaupt ins letzte Drittel reinzukommen, weil die Spielstärke und die technischen Fertigkeiten diverser Spieler fehlen. Ja, blicken wir auf die Chancenkreation. Ist häufig auch hier limitiert. Es sind ganz viele Flanken von Ovejan, von Merkin über links, teils auch über rechts. Zoppy schlägt die eine oder andere rein. Das ist durchaus ein Mittel, um Terodde, um Top vorne drin zu finden. Auch der Großteil dieser 30 Tore aus dem Spiel heraus, die man erzielt hat, so oder so ähnlich gefallen. Dribblings häufig ineffizient, seltene Steckpässe hinter die Kette, kaum kreative Pässe in die Box grundsätzlich. Was schon ganz klar aufzeigt, dass Schalke vor allem ein spielerisches Problem hat. Während man große Probleme hat, vorne Tore zu erzielen, hat man sich hinten auch schon 56 Stück gefangen. Das sind die drittmeisten der gesamten zweiten Liga. Spannend, während man vorne kaum gute Chancen kreiert, nur Rostock da weniger in der Box abgeschlossen, fällt es hinten auch total schwer, den Gegner aus der eigenen Box und aus dem Zentrum fernzuhalten. Man lässt sehr, sehr viele gute Torchancen zu. Kommt häufig davon, dass Gerrards eben auf die vorhin angesprochene Intensität Wert legt. Kaum ein Team mit mehr Zweikämpfen als Schalke, trotzdem die schwächste Zweikampfquote aller Zweitligisten mit weit unter 60 Prozent, was häufig dazu führt, dass man vorne anläuft, recht hoch steht, den Gegner auch unter Druck setzt, in Zweikämpfe verwickelt, diese dann aber nicht gewinnt, dann überspielt wird und dementsprechend dann die Viererkette, teils auch noch mit Schallenberg zusammen, dann fünf Mann hinten, teils sogar in der Unterzahl laufen, total schlechtes Tor beschützen können und dementsprechend gute Chancen zulassen. Gleiches gilt auch für die Außenverteidiger, auch hier vorhin schon angesprochen, schwaches Zweikampfverhalten, gerade im 1 gegen 1, können den Dribbler da häufig nicht stoppen, werden dann überlaufen, überspielt und auch so kreiert der Gegner, super Torchancen gegen Schalke. Diverse Suspendierungen, Entlassungen von Mitarbeitern, kein wirkliches sportliches Konzept, ein recht schwacher Kader und die Finanzlücke, die vermutlich nur durch die Bundesliga oder durch Topverkäufe wie ein Ue Drogo geschlossen werden kann. Schalke steht vor einem Scherbenhaufen, der Abstieg in die dritte Liga wäre der absolute Super-GAU, aber selbst wenn man in der zweiten Liga verbleibt, wird es Jahre dauern, bis man wieder gesundet. Der Anspruch der Fans ist natürlich ein anderer, also wird es sehr spannend sein, den ganzen Verlauf bei den Schalkern in den nächsten Jahren zu verfolgen. Wir bei Deep Dive werden definitiv in den nächsten Monaten wieder drauf schauen, auf den neuen Kader in der Saison 24-25. Bis dahin gerne schon mal ein Like da lassen, ein Abo, die Glocke anmachen und einen Kommentar reinschreiben. Was glaubst du, wie geht es bei Schalke über den Sommer hinaus weiter? Kann ein Ben Munger, der vermutlich kommen wird, den Kader wirklich gut neu strukturieren, dass man 24-25 angreift? Lassen wir uns überraschen.